Was geht ab, Leute? Hier ist wieder allerbeste Freund der Puddel mit Gedudel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Happy Reels! Ja, Leute, es ist mal wieder soweit. Ich habe mir gedacht so, komm Puddel mit Gedudel, du hast mal wieder richtig Bock auf eine kleine Runde Happy Reels. Und darum sind wir jetzt heute hier, Leute. Ich würde sagen Bros Level. Und ich schaue wieder mal, wie beim letzten Mal, nach, was hier ein Level mir hier vom Namen zusagt. Und das werde ich dann heute auch spielen. So, als erstes spielen wir Don't Fall Tree. Okay, das sollte eigentlich ziemlich einfach sein, dass wir hier nicht fallen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was hier passieren wird. Habe ich gewonnen? Toll. Können wir irgendwas machen? Scheinbar nicht. Ja, wo bleibt der Stein? Ah, da ist er ja. Ich glaube, der Stein hat es auf uns abgesehen. Lol. Wenn wir jetzt einen Charakter wechseln, können wir dann irgendwie überleben? So, aah. Lol, lol. Diesmal wurden wir nicht so hart getroffen, Leute. Ja, wo bleibt der Ball? Da ist er ja. Toll. Und wir haben eine Glasscherbe in den Kopf bekommen. Au. Also sowas kann einem natürlich den ganzen Tag versauen, Leute. Exit to Main Menü. So, was haben wir noch? Skatepark Pro. Autors, Comments. Nothing. Okay, dann let's go, Leute. Good luck. Dankeschön. So, komm. Und hoch. Jawohl, ja. Und drüber. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Nein, nein, nein. Hörst du auf? Schaffen wir es jetzt hoch? Ah, da war eine Mine. Hallo. Upsala. Entschuldigung. Wir versuchen es gleich nochmal. So, direkt Vollgas. 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 Ja, hoch, hoch, hoch. Nein. Also, das hier ist jetzt natürlich nicht passiert, Leute. So, good luck. Dankeschön. So, und jetzt hoch da. Hoch, 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 hoch. Nein. Eben sind wir doch auch so gut hochgekommen. Ah, komm. Auf ein neues. Komm. Jetzt haben wir weniger Gewicht. Jetzt muss es doch klappen. Nein. Komm, jetzt aber. So, komm und hoch. Nein. Verdammt. Oh. Unsere Körperteile sind schon mal weitergekommen, Leute. Restart. So, jetzt komm. Nein. Wenn ich jetzt einfach nur gerade ausdrücke, passiert nicht viel. So, komm und hoch, 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 hoch. Nein. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Nicht die Richtung. Nein, nein, nein. Warum tust du das? Hör doch auf damit. Kommt, Leute. Einmal probiere ich es noch. Wenn nicht, dann versuchen wir mal ein neues Level. Nein. So, komm. Hoch jetzt. Hoch mit dir. Verdammt nochmal, Leute. Exit to Main Menü. So. Kill People 2. Na dann auf. Los geht's. Äh, drive slow. Okay. Danke für den Hinweis, aber, ähm. Ähm. Ah, ich wollte gerade sagen, komme ich hier irgendwie raus? Hallo. Passiert da auch mal was? Hallo. Bin ich irgendwie zu blöd für das Level hier? Oder, ähm. Muss das so sein? Äh. Komm. Los. Let's go. Auf. Los geht's. Äh. Leute, was macht der da? Will der die Robbe da machen, oder was? Los. Vollgas. Attacke. Eins, zwei Attacke. Hopp. Was machst du da? So. Äh. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Nein. Nein. Ich bin einfach zu doof für dieses Level hier. So, was haben wir noch? Kill Him. Nein. Das hat eine zu schlechte Bewertung. Classic Level. Ja. Ich stehe auf Classic. Äh. 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 Habe ich wirklich so schnell gefehlt? Restart. Komm. Direkt Vollgas hier drüber. Nein. 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 Muss ich etwa langsam da drüber fahren? Nein. Nein. Wir sind auf jeden Fall weitergekommen, aber es war nicht wie gewollt. N�. Näää. Verdammt. Komm drüber, drüber, drüber. Nein. Hör doch auf damit, du Schwein. Ja, 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 ja. An dem bleiben. Langsam. 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 Oh. Das Kind hat ein Katana in den Kopf bekommen. Au. das hier ist jetzt gerade nicht passiert leute also langsam drüber ja 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 gut ja auch langsam nein aua aua und das kind ist weitergefahren wie kommt noch einmal leute dreimal langsam drüber nein das war zu schnell ja noch einmal hier ein bisschen flotter so jetzt hier vollgas es hat mich erwischt aua aua das macht man aber nicht leute so was haben wir jetzt noch den neon box na komm auf kommen nehmen wir mal den dude im rollstuhl box batneon was wie box batneon ja dann fallen wir runter müssen wir es jetzt irgendwie schaffen in diese box hinein zu kommen ja gut was tust du da du 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 dinge bitte aber bitte auch dinge die sinnvoll sind so kommt und hoch ja 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 nein nein leute exe to main menü was haben wir da noch escape the box ja wenn wir nicht reinkommen dann werden wir doch ganz bestimmt irgendwie rauskommen oder was ist das was ist das für ein ding irgendwie habe ich gerade angst wow dead escalated quickly guys dead escalated really quickly wir müssen jetzt irgendwie raus kommen kommt raus kommen raus nein 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 hör doch auf jetzt raus ja wir sind rausgekommen äh leute hey ich bin im ziel ich bin im ziel was soll denn das so auf ein neues ja 6,43 sekunden sehr gut sehr gut für replay so was habe ich hier getan ich habe einfach die pfeiltassen bild umhergeklickt und somit habe ich es geschafft sehr gut sehr gut so kommt eine eine schöne map noch bitte die ist sehr gut bewertet 99 prozent spike f na dann was wird hier passieren leute da hätten wir das sogar fast geschafft leute wir haben es geschafft ja ich habe es geschafft leute sehr gut so jetzt haben wir natürlich hier wieder ein paar wunderbare maps gespielt ich hoffe auf jeden fall es hat euch gefallen falls ja wird es mich tierisch freuen wenn ihr diesem video einen daumen hoch da lassen würdet aber wäre sowieso nice und natürlich könnt ihr mir auch weitere spiele vorschläge und in die kommentare reinschreiben würde mich auf jeden fall sehr freuen und ich würde sagen jetzt gibt es auch nicht mehr allzu viel zu sagen außer alles klar oder rein oder nicht zu doll grüß der gang pass auf den rauf ich bin raus bis zum nächsten video